Ich hab mal gestartet. Let's go. I know. I've got to work overtime. You have to do that every week? Oh, Cody, I'm not in the mood for this discussion again. Hey, hey, Rose needs both of us, okay? That's not fair. Using her. I'm not using her. I'm just stating a fact. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that? Yeah. May, this... isn't it. Let's not tell her. Let's stay friends instead. Yes, let's stay friends forever. I love you, Cody. I love you too, May. Ah, character wählen. Jetzt ist die Zeit gekommen. Ja, wen willst du? Ähm. Ich würde vorschlagen, ich spiel die Frau, oder? Das ist so, was meinst du? Okay, machen wir so. Wenn du willst. Alles klar. Du wirst wahrscheinlich... Ich dachte, du willst den Cody spielen. Das macht für dich, dass es dann... Danke, dass ich den Idioten spielen soll. Schön. Das passt ja. Gut, also ich würde sagen, ich spiel die Frau. Das passt ja. Das ist dann, wenn einer von uns... Hey, honey. Can I just take Elephant a sec? All right. Uh, Rose. Honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that, uh, we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that, well, mum and dad, we've decided to go our separate ways. Okay. Can I go and play in my room? Uh, yeah, yeah, of course. Sorry. Okay. Okay. Bye. 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 Dr. Hakim, Sie müssen mich jetzt helfen. Sie müssen zusammenbleiben. Schauen Sie, es sagt hier, Liebe ist Arbeit, Sie sehen? Sie müssen es arbeiten. Sie können nicht nur aufzunehmen. Mom? Dad? Ich wünsche Ihnen, Sie können wieder Freunde sein. Ich bin ein Schmuck. Ich bin ein Schmuck. Ich bin ein Schmuck. Ah! Ah, 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 ah! What is this? Oh, help! Hello? Help! Cody, I'm trying to sleep. Shut up! May? May, is that you? Ah! Cody! Oh, 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 what is that? I'm Dr. Haki, worldwide, bestseller, and an expert on love. Your daughter purchased me. She was lucky. I was the last copy because I was selling the best. I kept millions of couples, and now I will help you two to get together again. This is definitely a nightmare. I need to wake up. No! No! Oh, oh, May! May! Oh, oh, you're back! Oh, my God, you can't wake up here. Exactly. Okay, um, Mr., um, Book, so, uh, how do you wake up? Cody, May, you're here to fix your relationship. You just fixed it. Yeah, yeah, we're, uh, divorcing. It's all good. No! I will help you fix your relationship. Chapter one! Fix your relationship! Plus, I promised your daughter to fix your marriage. Ha, 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 see, love is like a mountain. Oh, what? May, May, it rose. Flowers growing in the grass. Come on, let's get to her. She must know, what's going on. You know, the little butterflies floating in the mountains like lovebirds. You know what I'm saying? Hello? Hello? Mit mir ist gerade eins aufgefallen, mir ist gerade eins aufgefallen, dass wir genau die falschen Charaktere ausgewählt haben. Ist doch das? Weil die, äh, wie heißt May, heißt du, glaub ich, das ist doch die, das ist doch die, die jetzt, das werden auch immer im Laufe der Geschichte lernen, dass die, das die, die ist, die immer immer beklagt dass sie zu viel arbeitet und dass das problem besteht darin dass du dass der dass der männliche charakter ist dass das der was du halt der bist der halt immer der wird irgendwie ja das meist die arbeitende hier das ist das dann okay was machen wir hier ich habe keine ahnung moment ich muss man pausiert ja schon wie das ist doch hier nicht ich muss mich ausgeschwindigkeit anpassen entschuldigung genau wegen sowas wichtig scheidung das ist genau wegen sowas sieht das ist wenn sie geschrieben hier das ist wir sind ich bin links oder ja ich bin links ja passt auch weil meine kamera ist recht mitte platziert also ich bin links und dieses recht passt auch passt auch politisch irgendwie ich bin doch wohl eindeutig linker als du modi jetzt brauchen wir doch nicht drüber zu reden oder wir hatten schon öfter du bist linker als die linke das ist auch nicht schwer das hatten wir auch schon öfters das ist keine kunst ein trampolin keine ahnung zu irgendeinem ziel hingehen ich bin erst mal am trampolin springen unsere beziehung der fix sind für unsere tochter ich weiß nicht wie die zustande gekommen ist die haben adoptiert oder sie ist einfach irgendwann aufgetaucht und dann aufgetaucht der mal adoptiert wir müssen die staircase dort drunter runter machen mit spoiler doch nicht alles wir reden aber wahrscheinlich sowieso komplett über die zwischen sequenzen drüber oder werden es versuchen am anfang haben wir also ich würde schon versuchen die zwischen sequenzen nichts zu drüber reden aber ganz verhindern dass wir wissen beide dass das nicht klappen wir brauchen noch eins und links hoch und kommt hier hoch dann kommt er hoch ich komme da hoch ich bin noch nicht um warte auf mir jetzt müssen wir sowieso gemeinsam machen kann man es anfassen irgendwie oder hochheben ich habe stammt hatte gemacht das ding jetzt kommen wir hier hoch ich bin runter gefallen wir können die gläser hier zerstören oder einfach drauf drauf springen hier immer stammt attack auf die gläser machen hier zack okay ist eine säge zerstören noch ein paar gläser wenn es recht ist ich bin glaube ich schon weitergegangen aha so hier bin ich das ist das teil links steuerung okay da ist ein steckdose oh wir können sprinten ähm was hast du gerade denn die Steckdose gepackt warum aus dem Grund vor allem das lustig ist dass die Leitung die eigentlich er hat das ist die ohne Strom und ich weiß nicht ja das ist die Leitung die Erde das ist einfach nicht das ist nicht korrekt okay das ich werde jetzt das Spiel ist nicht korrekt das wird einfach wie es aussieht kann ich das hier auch kaputt machen wenn ich drauf springe ne kann ich nicht wo bist du jetzt du musst glaube ich mal einen Notausschalter drücken okay aber es ist doch nichts an springen wir auf die Oberfläche zu rutschen n ok wir sind jetzt ein Zahnräder dran scheitbar ok oh nein ah bist tot ich bin tot ich rutsche verdammt gut guter Arbeit ich sehe guter guter ja muss ein bisschen weiter um selbst zu ecken müssen es weiter um springen ähm Sekunde verdammt ja lass dir ruhig Zeit es wurde sich auf Steam auch schon sehr häufig darüber beschwert dass dieses Spiel nicht von von den Freundinnen von Gamern gespielt werden kann weil es zu komplex ist also lass dir ruhig Zeit ich sterbe noch ein bisschen unter der Säge mach das ich spiele in der Zeit das Spiel ok ok L-Shift ich glaube er sprung und L-Shift so nicht ich kann also nicht von Freunden von Gamern gespielt werden also von mir von Freunden ja von schlechten Spielern kann es nicht gespielt werden also von mir ganz genau hey May ich brauche dich hier drüben ja ja gleich ich brauche dich hier drüben ja habe ich gehört ich komme gleich hui ich drehe noch ein bisschen ich habe die Sicherung hui ich komme Moment kann ich kannst du du hast die Sicherung noch du hast die Sicherung noch ich kann sie nicht einfach wegschmeißen ich kann sie nicht einfach wegschmeißen ich kann sie nicht abnehmen nö was will ich jetzt einfach wegrennen was willst du machen tja lol da oben ist eben so ein Vieh ich kann ja die Gläser zerstören na gut ich steck sie ja schon rein einmal ganz tief einmal ganz tief sie ist noch ein Glas wie lange wollen wir heute eigentlich machen keine ahnung mal schauen ich würde sagen erst mal erstes Kapitel heute oder mal schauen wir haben wie wir Bock haben wie wir Bock haben und da ist das Buch ja du gehst weg weg du stuflige Buch ja komm weg weg ich muss mit meiner Tochter deine Tochter? oh du sprichst wie du sie sie selbst fragst du sie kannst du wirklich die Menschen du liebst du kannst uns einfach durch komm her ich will aber erst jemand ich will ich will ich will ich will ich will die 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 ich die Oh, ja. Oh, das ist sehr widerlich. Oh, schau, da ist es. Ekelhaft. Du nimmst das einfach nur eine Batterie, die könnten wir gebrauchen. Nein, die könnten wir gebrauchen. Es war deine Schuld. Oh, das ist die verlorene Spielfigur von der Mensch-Egger, die ich nicht ver... Du hast eingesaugt. Das ist die eine verlorene, die jeder hat. Ich habe es doch gesagt, der ist eingesaugt. Aber nein. Sei froh, dass ich überhaupt mal einen Stopp sauge. Gut, da hast du recht. Willst du zurück zu Rose kommen? Ja. Willst du mit deiner Daughter sprechen? Ja. Dann musst du das Vakuum zusammenlegen. Oh, come on. Why are you doing this to us? Because you two must learn... Collaboration! That's not our strong point. Aha! You know, collaboration is the key to a successful relationship. Huh? Collaboration! You understand? Now, I'll see you later. Hasta la vista! Good luck! All right, bye-bye now. Crazy book. This would never have happened if you hadn't broken it. Oh, yeah? Well, this would never have happened if you had fixed it like you promised. Well, I didn't know we'd end up in a place where all vacuum cleaners alive. Well, now we are. Huh? Maybe we're stuck here forever. Forever? No way. We're getting a divorce. Yeah, I know we're getting a divorce. But we can't do that unless we get back into our real bodies. Okay. Let's climb that damn vacuum cleaner. Okay. Let's go. Ehm, let's go. Schauen wir's noch ein bisschen um, oder? Gibt's noch ein Glas, der das wir zerstören können. Eine Flasche. Oh, da liegst du, Modi. Oh, da bist du, Modi. Da bist du hier. Ich bin auf dir. Let's get to Rose. Das ist eine Flasche. Schließ nicht von dir selbst auf andere. Okay, die können wir nicht kaputt machen, die Flasche. Wir sind, hier sind so... Frostschutzmittel. Kakelaten. Kannst ja mal trinken. Vielleicht bringt's was. Soll ich dir gegen Corona helfen. Nee, nee, das war Pferdebetäubungsmittel. Das auch. Und Leiche. Oh, da ist der Stift. Ich bin im Wasser trunken. Ja. Da ist der Staubsauger. Warte, ich ertrink noch ein paar Mal im Wasser. Oh, der Staubsauger hat auch Augen. Da geht's gleich weiter. Als ob da noch eine Pfütze ist. So, warte. Ich komme. Ah, ich bin schon drin. Ich bin direkt hinter dir. Oh, du bist unter mir. Und weiter geht's. Wir beide. Das war klar. Moment. Mei. Du bist unter dem Haus. Oh, versuch nicht, mich zu fallen. Oh, komm, mach mal richtig hier. Ja, ich mach doch. Und das muss umgekehrt werden. Au. Jetzt geht's hier weiter. Ich geh dann schon mal vor. Nicht ohne mich. Hups. Ups. Da, bam. Ne. Das war aber nix. Oh ja. Ja. Ich bin mein Jumpman-Skills. Sie sind vielleicht vorhanden, aber wahrscheinlich nicht. Wer weiß. Ah, sehr schön. Hatte geklappt. Kiel ist noch rüber. Sehr schön. Hui. Da ist ein anderes Ende. Ich zieh wieder. Ich zieh wieder. Du fliegst. Ich fliege. Ich geh mal drücken. Stampfantage kann ich. Und nun? Ja, ich zieh. Du fliegst. Achso, ich muss wieder runter. Ich muss jetzt hier. Na toll. Gute Arbeit. Andere Richtung. Äh, nee. So nicht. So. So viel dazu. Komm schon, vertraut mir. Das werde ich sicher nicht nochmal machen. Bestimmt nicht. Okay, Jetta. Komm schon. Du musst doch ein bisschen... Du musst doch mal gut fliegen können. War so klar. Ja, ist okay. Siehst du, ich ziehe dich aber wirklich oben rein. Nein, glaube ich nicht. Vertraue mir doch mal. Das war jetzt deine Schuld. Ja, ja. Immer die andere Schuld natürlich. Das ist... Ich bewege mich hier kaum. Vertrauen, sagt er. Siehst du, hast es doch noch nicht gekriegt. Ja, ähm. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich glaube, ich gehe mal weiter hier die Wand hoch. Ähm. Ja, gut. Wirst du? Ich glaube, runterspringen, oder? Ja, wäre schon mal eine gute Idee. Könnten wir mal machen. Oha. Gute Frage. Was ist das? Mein Weg. Soll ich hinterher kommen, oder? Ich weiß es nicht. Oha. Das war eigentlich ein bisschen Spaß. F***. Nach dir. Nicht weiter. Nicht los. Okay, was am Meer? Einmal eine grüne Wand. Äh, ich glaube, du musst hier durch. Komm schon, ich halte dich sogar offen. Okay. Das war klar. Ich gehe doch nicht in den Ventilator. Hm. Mist. Ey, ich störe zu. Das ist wirklich leer. Nee, geh du mal. Geh du mal. Ich halte das hier. Ich halte das dir auch nicht. Ich mach schon. Ich vertraue dir da nicht. Warum? Wieso soll ich dir auch vertrauen? Find ich irgendwas, was in den... Guck mal, guck mal. Guck mal, ich mach's... Ich mach's sogar nur so ein bisschen auf. Dann passiert da nichts. Hm, okay. Da kann ich nicht lang. Schade. Ha. Das hast du geschafft. So. Hast du mir einfach kurz den Weg frei, oder? Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Das kriegst du alleine nicht hin, glaube ich. Hm, scheint so. Ähm. Das sind drei hier. Verdammt. Okay, ich mach's erst... Äh, du musst... Du hast durchgeschafft. Glaube ich zumindest. Das ist ja spannend. Du musst zum zweiten? Äh, ja. Wir müssen nochmal. Danke. Geh zum zweiten. Och. Wisst was. Ich schock dich gerne. Ja. Ähm. Na gut, dann geht schon... Dann geh du schon mal zum zweiten. Ich mach den... Die ersten zwei hier. Okay. Okay, geht nicht. Du musst den drücken. Okay. Das glaubst du von der Zeit her nicht. Na dann. Drücken und jetzt schon zum zweiten los. Ich weiß. Du musst zum dritten. Alles gut. Timing ist knapp, aber... Sehr schön. Und drinnen dort. Weiter geht's. Ups. Hurra. Nicht daneben fallen. Oh nein. Sagt er. Ich bin wirklich daneben gefangen. Ich wollte einen coolen Move machen. Tja, das war wohl nix. Nein. Nein. Okay. Okay. Ah, okay. Kann ich hoch. Sehr schön. Ich bin oben. Ich flieg noch. Glaube ich. Ich geh dann schon mal vor. Ich binfriend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017